Heute am 12.04.2024 kam es nachmittag zu einem schweren Unfall auf der L 528 bei Böhl-Ickelheim. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt. Es gab zwei verletzte Personen zu beklagen. Nach ersten Erkenntnissen ist eine davon schwer verletzt. Für die Unfallaufnahme war die L 528 rund um die Unfallstelle voll gesperrt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr von Böhl-Ickelheim, Rettungshubschrauber sowie Rettungsdienste und der Notarzt. Die Metropolregion Rhein-Neckar News wird gegebenenfalls nachberichten. Kutan Immobilien